jo leute was geht willkommen zu stray blade heute war released 20 april soll ein eldenring klon sein ich bin extrem gespannt das ganze ist ein werbevideo seht ihr oben links ab den key zugeschickt bekommen und ich gehe mal rein also weil ich gesehen habe sah gut aus maus grafik das lassen wir alles einfach so das war sich alles so neu spiel rein da was für ein körperbau hat fahren wir nehmen wie immer eine frau ok a und b ist vertauscht mein name mein name is farren west obwohl es war für spieler die neu im bereich des extra fbg sind oder einfach nur die geschichte ohne anspruchsvolle kämpfe für erfahren spieler im bereich action rpg ist die auf der suche fahren muss sterben wir machen mal wir machen mal abenteuer let's go schallat im uk ist zu laut ist zu laut oder geht nur was frisches zu trinken geholt waffen wechseln ich weiß weiß nicht was auf uns zukommt ich hab also sah aus wie so ein eldenring ding du solltest fahren muss sterben nehmen wir wollen ein bisschen was sehen und nicht beim ersten gegner wie bei wollong drauf gehen the valley of promise a kriya where god sleeps nobody would have believed me back then at all their different names in truth described the same but for this reason it was me the unimportant stray who found it ok i traveled alone as i always did since if i were to be betrayed my journey would have become a race against those with more money and power and then i took my first step onto a kriya ground i thought that this would be my biggest adventure but how big it would be i could have never known ok oha ja ihr wisst ja alle story ist immer nicht so also geht's hallo hallo story ist nie so mein ding ich will zocken ich will einfach richtig old school zocken ihr seht schon der style ist so bisschen so wow mäßig ne wua was ist das eine stelle und es zerfroßt mich nicht ich habe ich nicht sterben so diablo wo ww also nicht ja also diablo 3 mäßig die sind groß gut ok benutze l zum laufen ok wer auch immer gesagt hat das wäre ein eldenring kloon guck mal der also also es fühlt sich gut an aber es sieht irgendwie komisch aus oder mach ich das nur weil nicht wie schnell seht ihr das ich finde einen weg aus dem tal mal man kann springen zum springen tatsächlich guck mal weil ich hier ein vermuss drauf habe bam 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 man kann auf jeden Fall kontern kriege ich schon Angst kann auch schnell laufen mit L3 ok und man kann natürlich klettern bei mir Y aber da steht X ok kann ich springen schaden ok man kriegt falsch schaden das wollte ich wissen also was mir sofort auffällt wenn ich die kamera so nach unten mache die neigt sich automatisch nach oben das muss ich sofort ausstellen da kriege ich ja die krise wenn mir das spiel sagt wo ich hingucken soll so nicht ich entscheide wo ich hingucke äh controller ne gameplay das kann bestimmt irgendwo einstellen ich schade ich will nicht ich kann nicht schießen ohne schaden zu bekommen ja perfekt mit L3 Sprinten und A um größere Entfernung zurückzulegen bumm ok man lernt erstmal so ein bisschen das movement Gesundheit und Herzbären ok ok ah mit äh linksklick kann ich's dann usen sieht man unten links oh ein Schwert das nimm ich rostiges Schwert ah oben links ist auch ähm Energie ok checks angriff hohen Energie ja gut wir da wissen wir doch ob hier schon irgendwas zu finden gibt öffnen das inventar Inventar. Wechsel zum Helmerreiter. Was hier? Helmer, Helmer. Was denn Helmer? Die ist ein Inventarmenüge. Wechsel zum Helmereiter. Ach, Helme. Helmer. Ach, guck mal hier, kann ich verschiedene. Es gibt den und den. Bestätigen. Let's go. Aber, habe ich den gerade gefunden? Finde ich gut. Also, es fühlt sich mehr an wie so ein Action-Adventure-mäßig. Mit Story und so. Wieso steht da links Rüstung? Okay, automatisch speichern. Hier haben wir so ein Bäumchen. Akreanischen Lebensschrein aktivieren. Acrea ist voll von akreanischen Lebensschrein wie diesem. Und du wirst einen letzten akreanischen Lebensschrein. Okay, das ist basically unsere Gnade, beziehungsweise Leuchtfeuer. Ah, gecheckt. Leuchtfeuer. Kann ich auch was, kann ich mich auch hier rasten oder so? Einfach nur aktivieren kann ich, ja? Oh, ich glaube da vorne ist unser erster Gegner. Was, was ist das? Oder auch nicht? Oh, nicht jeder ist tot. Oh, bober. Okay, let's go. Ach, das brauchen wir nicht. Okay, rote Angriffe werden durch ein Symbol angezeigt und du musst ihn ausweichen, wenn du B-Kurzschung auf Paltrückst. Wichtig, reagiere auf die tatsächliche Bewegung des Angriffs, nicht auf die Anzeige. Ausweichen kostet Energie. Ist das ein Backstab gewesen? Gefällt mir. Autsch. Okay. Okay, ich brauche mal ein bisschen Energy. Der Energy ist full. Alter, wie lange er ausholt. Ist das Marge 2.0 oder was? Schön Backstabben. Ich habe das Gefühl, ich mache ein bisschen wenig Schaden. Soll man hier vielleicht sterben oder so? Oh, der geschafft. Erhobenschaft. Leiche plündern. Neue Waffe. Nimm ich. Ich habe... Äh, das war nur ein Entwurf. Äh, der habe mich fast gekillt. Ey, kann ich jetzt dahin zurück und mich heilen? Hallo. Hallo, heil mich. Ne, heil mich. Schade. Gucken wir mal, ob wir nochmal so eine Herdbeere finden. Gibt es hier was zu looten? Schade. Noch mehr Gegner. Ja, moin. Ich bin fast tot. Hallo. Die Qualität des Ausweichens richtet sich nach dem Timing. Durch gutes Ausweichen entfernt du dich vom Feinden. Vom Feind. Durch perfektes Ausweichen regenerierst du auch einen Teil deiner Energie. Versuche so kurz wie möglich vor dem Aufbau auszuweichen, um perfektes Timing auszuerzielen. Ey, das klingt ja ein bisschen wie mein Level 1 Run. Gefällt mir. Hallo. Alter, hat das weh getan. Das hat mich sogar gekillt. Okay. Okay, man wacht hier auf und man hat auch eine Frucht. Hatte ich Seelen oder sowas? Ich habe nicht drauf geachtet. Wenn wir jetzt sehen, wenn da Seelen rumliegen. Aber liegt nichts. Okay. Also. Also. Ich weiß gar nicht, wo man leveln kann. Anpassen, Entwürfe, Fertig, Entwürfe. Alter, was ist ein Fertigkeiten-Tree. Weltkarte gibt es. Tagebuch, Lusar. Okay, aber es gibt Fertigkeiten, aber kein normales Leveln oder so. Okay. Ich mache irgendwie voll wenig Schaden, obwohl ich den richtig schön backstelle. Was ist diese weiße Anzeige bei denen? Ach, das ist seine Energie oder wie? Leiche plündern. Drei Leder. 14 Krallen. Sechs Zähne. Ich habe doch... Warte, warte, warte. In den Zahlen kann ich die Öffnungen gegen Gefahr. Hier. Okay. Ich habe doch Entwürfe. Guck mal, ich kann es jetzt bauen. Oder? Nur herstellbar in der menschlichen Schmiede. Achso. Okay, müssen wir zur Schmiede. Aber der zweite... Ich stelle mir vor, ich hätte es wirklich auf Fahren muss sterben gemacht. Man kann echt cool ausweichen. Das fühlt sich sehr gut an. Okay, ich habe den Entwurf. Er hat gerade gesagt, da ist irgendeine Schmiede. Finde ich cool, dass basically einfach nur Ausweichen ist. Gefällt mir. Gab ja gerade Boulong und so. Da war ja alles mit Parieren. Hier ist basically alles Ausweichen. Ein Riemen. Schön. Hier ist eine menschliche Schmiede und hier kriege ich das bessere Schwert. Geil. Geh zur Spiele und interagiere mit ihr, um in das Fertigkeitsmenü zu gelangen. Das hier? Spiele, ja. Spiele verwenden. Fertig. Erhungenschaft. Tüftelei. So, da sieht man auch immer, ne? Reichweite, Schadentreffer und so. Und auch mit Pfeilen. Steuerung ist schlechter. Egal, wir nehmen das. Guck mal, hier sind meine Schmiedematerialien. Anpassen. Guck mal, ich kann auch noch meine Farben anpassen. Okay, jetzt habe ich ein geileres Schwert. Bin gespannt, was da noch so für Waffen gibt. Kann ich was machen? Ne. Okay, weiter geht's. Folge weiter dem mysteriösen Begleiter. Nächster Kampf. Okay, blaue Angriffe werden durch ein Symbol angezeigt. Und du musst parieren, indem du Y kurz zum Aufprall drückst. In diesem Angriff kann man im letzten Moment... In diesem Angriff kann nicht im letzten Moment ausgewichen werden. Rote Angriffe wiederum können nicht pariert werden. Oh Gott, woran sehe ich das denn? Ich habe nicht aufgepasst. Woran sehe ich denn, was was ist? Nee, das... Woher sehe ich denn, was was ist? Stopp. Alter, was? Okay. Ich weiß gar nicht, was was ist. Ach, er ist blau, glaube ich, ne? Ja, er ist blau. Okay, jetzt muss ich erstmal reinkommen. Sekunde. Vorher ist noch wieder Mana. Er blinkt blau. Jetzt check ich's. Okay, das... Das kann ein geiles Spielprinzip sein. Oh ja, ich glaube, das ist geil. Blau der eine Knopf, rot der andere Knopf. Und man kriegt auch immer wieder neue Energie. Das ist ja immer das, was auch bei... ...anderen, bei Elden Ring zum Beispiel, ...mich genervt hat. Egal, ob man fünfmal richtig krass ausgewichen ist, ...wie ein junger Gott. Danach ist seine Mana leer und du hast... ...bringt ja alles nix. Ob ich da rüber kann? Oh yes. Pflaster, krass. Secrets? Was sind wir hier? Secrets. Heimkehr, sag mal, neue Farbe gefunden. Ich öffne das Anpassungsmenü. Nö, lass mal, brauche ich jetzt nicht. Oh, komm, sonst blinkt das die ganze Zeit da. Ja, 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 ja. Neue Farbe. Beige. Ich will aber nicht beige sein. Im dunkelblau. Seht ihr, als wenn die Kamera immer nach oben geht? Das muss ich... Also, das nervt mich ein bisschen. Ich will nach unten gucken, nicht... Also, man, hör auf. Und schnell rennen, kein Mana-Abzug. Ja, ja, das ist... Die haben richtig gute Elemente hier drin. Gefällt mir. Gefällt mir. So. Das heißt, ich muss jetzt immer auf blau und rot achten. Das war viel zu früh. Oh mein Gott, ey. Ich muss übel... Man muss erst mal reinkommen, wie die Angriffsstrukturen von denen sind. Aber man verliert da keine Mana, von daher... Äh, keine Runen oder so. Würde mich aber trotzdem interessieren, wie ich... Wie ich denn dann leveln kann. Muss ich jetzt alle Gegner nochmal besiegen? Das ist immer irgendwie so einzigen Eins, ne? Das ist... Ich hatte letztens doch mal Wolzen gespielt. So kommt es mir ein bisschen vor. Vom Ding her. Ach, guck mal, nee. Ich glaube, die bleiben tot. Okay. Oder? Ja, die bleiben tot. Bin ich verwirrt. Ich hab so geblockt. Oh mein Gott, wie sehr ich geblockt... Hä? Ist der rot? Bin ich blöd? Ich bin verwirrt. Hä? Ich bin verwirrt. Oder ich war nicht in time. Das kann auch sein. Ach, guck mal da. Beherrschung gibt's. Okay. Aber warte mal. Ich hab doch so Pflasterdings für uns eingesammelt. Kann ich damit nicht... ...mich jetzt heilen? Pflastergräser. Nee, nur irgendwas bauen. Okay. Okay. Ah, da. Nee. Der eine ist gespawned. So, jetzt bin ich aber gespannt. Viel zu früh. Scheiße. Mann. Der hat viele verschiedene Angriffe. Wieder zu früh. Ich kotze. Alter, wie der mich killt. Ich brauche. Ich muss doch mal sehen. Ich stelle mir vor, ich hätte auch Farren nur sterben gemacht. Okay, also manche respawnen, manche nicht irgendwie. Also... Ich habe so doll geblockt. Kann man nicht immer blocken? Kann das auch sein? Das war zu früh, das gehe ich ein. Okay, auf 50%. Also jetzt werde ich ja wohl den einen... Guck mal, L und R. Ich kann L plus R machen. Den mache ich gleich mal. Bei dem hier. Das kann ich nochmal machen. Ah ne, guck mal, das lädt sich auf, das L plus R. Mach ich nochmal, guck mal, das hat voll viel Schaden gemacht. Let's go. 57%. Äh, 75%. L plus R. Ich weiß nicht, ob ich das die ganze Zeit schon machen konnte. Auf jeden Fall ist mir das gerade jetzt aufgefallen. Das war ein krasser Angriff. Gefällt mir. Sag jetzt so, was hier? Nur Tipps gewesen. Okay. Okay. Ein bisschen Story-Kram. Was gibt es hier noch? Ah, nichts. Hey, wer quatscht da? Hey, wer quatscht da? Ich glaube so. Auch wenn du jetzt stoppst, helfen mir. Ich könnte dich nicht schlagen. Na ja, aber... Danke. Welche Folgen ist das beste Plan, ich habe noch nie gehört. Das ist besser als nichts. Die Qualität deines Parierens richtet sich nach dem Timing. Gutes Parierens fügt etwas Gleichgewichtsschaden zu und regeneriert etwas Energie. Perfekts Parierens fügt sich ja doch mehr Gleichgewichtsschaden zu. Wurde es mir wirklich vor dem Aufprall zu parieren und Perfekts Parierens zu erzielen. Okay. Ah, versuchen kann man. Muss ich jetzt gegen 2? Hä, wie soll man denn gegen 2 auf einmal kämpfen? Und wie... Ah, okay. Das ist ja Hasi. Falsche Knopf gedrückt. Perfekt. 100% freigeschaltet. Ich hab so doll pariert! Ich glaub ich check das doch nicht mit dem Parieren oder Ausweichen. Aber sie sind doch immer blau. Parieren hab ich eher das Gefühl von Wolong. Ey, wenn ich jetzt alle Gegner nochmal neu machen muss, Hilfe! Ich hab nur eine scheiß Heilung! Alter, wieder hier! Kann ich schon Fertigkeiten machen oder so? Hab ich schon Fertigkeiten? Ich hab einen Fertigkeitenpunkt. Weil ich das verbess... Hä? Null verfügbare Fertigkeitspunkte. 800 von 1000. Bin verwirrt. Bin Level 1, oben links sieht man's. Ah, jetzt seh ich's. Game zu schwer, ja. Oder ich einfach mal wieder zu schlecht. Guck mal, jetzt bleiben die tot. Gut, also es gibt so einen bestimmten... Ich glaub man kann immer verschiedene Punkte freispielen, bis wohin dann die Gegner weg bleiben. Was ist das? Aber er gibt mir doch noch so einen akrianischen Baum. Was ist das? Was ist das? Ein Rüstungsteil. Vielleicht von eben noch? Also die machen ja nur blaue Angriffe, oder? Was ist das? Was ist das? Ja? Neuer Waffenentwurf. Geflügelter Speer. Okay. Willkommen zu Fahrends Fertigkeiten. Hier kannst du den Level aller angezeigten Fertigkeiten Fertigkeitspunkte erhöhen. Fertigkeitspunkte fahren erlangt EP für erfolgreiche abgeschossene Kämpfe. Für jede Level Erhöhung gilt Fahrend ein Fertigkeitspunkt. Okay. Schalte neue Fertigkeiten frei, indem du Waffen im Kampf einsetzt und ihr volle Beherrschung erreichst. Sobald eine Fertigkeit vorher gescheitert wird, bleibt sie immer aktiv, egal welche Waffen du verwendest. Manche Fertigkeiten sind von Anfang an verfügbar und müssen nicht freigeschaltet werden. Fertige und verwende neue Waffen, um neue Fertigkeiten im Gefahren freizuschalten. Wichtig! Alle Waffen im Fertigkeitenbaum werden während deines Abenteuers mehr oder weniger gleich verfügbar sein. Also kannst du gerne zu deinen Favoriten zurückkehren. Okay. Und das habe ich hier unten. Erhöht Fahrendsmaximale Gesundheit. Maximale Energie von Krankheiten. Das brauche ich. Kann zusätzlich eine Herzbeere mit sich führen. Schaden Spezialangriff. Schaden schwere Angriffe. Schaden leichter Angriffe. Paraden. Wir brauchen auf jeden Fall die Beere. Für Wut und Lärm. Zack. Noch eine Beere dazu. Sehr gut. Ja. Okay. Das für ein Volong wohl nichts. Das ist so eine Gewöhnungssache. Skoppel. Vor allen Dingen sind das ja neue Gegner für mich. Da muss ich erstmal reinkommen. Ich muss ja erstmal die Gegner auch lernen. Das ist ganz normal. Ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Kennst du den Spruch? Was? Der kann auch Nahkampf damit? Was? Ja. 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 Okay. Er ist wieder auf Rot. Macht ja auch Sinn. Das kann ich nicht passieren. Ja. Ah ja. feind besiegt rüstungsteil herzbeere einsetzen rüstungsteil wer muss jetzt eigentlich zurück zur schmiede um zu schmieden kompass der kompass hilft dir dabei deinen weg durch a crea zu finden schalte den kompass mit steuerkreuz unten aus aus aha cool gemacht ne hier soll ich lang aber da ist da viel wesen mir fehlt irgendwie so ein safe spot irgendwie mich wiederbeleben ich lauf ohne heilung rum ich hätte gern so was wie ein leuchtfeuer oder so okay herzbeere gott da ist jetzt die meisten feinde haben eine gleichgewichtsleiste die sich mit der zeit regeneriert dezimiert die gleichgewichtsleiste eines feindes durch angriff oder erfolgs parieren wenn die gleichgewichtsleiste so weit fällt dass die taumeln anzeige getroffen wird wird der feind zum taumeln gebracht du wirst außerdem etwas zurückgewinnen wird die gleichgewichtsleiste völlig leer kann ein finisher ausgeführt werden das habe ich jetzt schon ein paar mal gemacht das war ganz neu ist ja das ist meist gleichgewicht einfach runter machen drauf ballern und dann den finischen was gefällt mir war ja nicht noch mehr herzbeere irgendwo also hier könnte ich runter was sagt der kompass da so ich lang da war ein akreer ding das wäre eigentlich gut das wäre ja da gehe ich hin aber ich könnte jetzt zur schmiede und den dingsbum schmieden aber ich weiß nicht ist der weg jetzt gerade frei geworden ich habe es nicht mitbekommen aber hier könnte ich mal eben verspielen da müssen wir fehlt eine kralle schade jetzt wäre herzbeere nämlich ich glaube die herzbeeren respawn wenn ich den akreer baum berühre kann das sein woher wo will ich hin theoretisch da lang aber ich will erst mal hier gucken ein spiegelpilz wo komme ich da hin ist da überhaupt was da will ich gar nicht hin also dafür dass er so ein krasses level hat eigentlich schon ja so äh hinterhaltsangriff näher dich feind langsam von dem du ls leicht bewegst und dein angebot blablabla ok verstehe ich ich kann aber nicht war doch so wo ich das hinkriege kriege ich hin das hat auch richtig schön gleichgewicht gekostet geil das ist ich bericht belohnt also wenn du das gleichgewicht einfach weg ballast und ihn dann one hitest neuer rüstungsentwurf yay edle tracht belohnend richtig belohnend hier klastergras ist ja gerade alles sehr schlauchig ich bin gespannt ob später ein bisschen open worldiger wird guck mal da ist die schmiede oder eine andere schmiede oder eine andere schmiede I don't know ok such mir mal die maske hey any clue where that could be Tagebuch nö 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 lass mal der hat so eine richtig krasse sense ich geh erstmal hier lang kann ich wieder anschleichen so von der seite auch ist jetzt schlicht ich glaub das ist eine kiste ne die er bewacht bamm rüstungsteil pflastergras ist keine kiste ok aber es äh also jetzt so wo ich so langsam das kampfsystem gecheckt hab macht das kämpfen auch richtig bock oh Gott der sieht schwer aus oh Gott der sieht schwer aus wär doch richtig viel lehm oder oh Gott macht der viel schaden ich bin voll ausgewichen ich bin voll ausgewichen Gott macht der viel schaden ich krieg sein gleichgewicht auch gar nicht down nein nicht getroffen schnell hin noch ein hit ich glaub das war ein krasser gegner rüstungsteil herzbeere direkt rein damit eine kralle fehlt mir nervig was mit ete tracht oh die könnte ich machen äh gar nicht richtig schön am schmieden ok gucken wir uns das mal an mehr energieeffizienz ne ja sehr schön ähm war da oben nicht noch eine herzbeere ich würd die eben nehmen bisschen backtracking egal ich glaub das lohnen seh ich ja die rase ich seh gleich hier ist auch noch was ich auch noch mit ich auch noch mit oh Gott ist das nochmal so ein starker ne ist normaler ich drück immer den falschen knopf wie im Dulli zu früh mann nicht ich glaube die rase nicht ich bin nicht ich bin nicht ich bin ich bin Ich würde vorher wissen, ob es hier noch Bosse gibt. Ja, okay. Ich kann... Ich kann... Und Gegner? Ah, ein aufgespießter Rucks. Ich kann jetzt wieder hier hoch. Und dann links, ne? Ich bin gerade so dumm gestorben, wirklich. Nervt mich. Da ist der krasse Gegner wieder. Man. Die Finnser hinaus. Man. viel zu früh schwerkämpfer recruit hier ist ja voll die gegner parade ja 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 Zwei Rüstungsteile. Guck mal kurz auf den Kompass. Da muss ich lang. Aber hier war noch ein krasser Gegner. Ich hab's genau gesehen. Oh Gott, nicht wieder der. Ach nö. Der war so... Okay, der ist wieder reingehauen. Den lassen wir mal in Ruhe. Auf den hab ich jetzt keinen Bock. Der war echt stark. Hm, hallo? Was ist das? Hallo? Hier ist so ein Vieh. Füllen das Fü... Hä? Guck mal. Einfach irgendein Vieh. Ist das das fehlende Torfallteil? Intium? Ich hätt voll gern auch so ne... ...Fernkampfwaffe. Da hätt ich Bock drauf. Richtig schön mit ner Armbrust von hinten draufballern. Das ist mein Ding. Äh... ...Hühnchen? Alter, macht der Schaden. Alter, macht der Schaden. Wie hab ich den eben denn so easy besiegt? Ich bin voll ausgewichen. Alter. Ey man, ich bin am Arsch der Welt. Da muss ich immer wieder hinrennen. Ich hab da auch... Ich kann Waffen auch wechseln, seh ich grad. Man kann zwei Waffen mit sich führen. Das wär natürlich cool. Immer erstmal schön Bolzern von hinten rein und dann... Mit deinem im Nahkampf rein. Also ich find's hier vorne hätte ruhig nochmal so ein Acrea-Baum sein dürfen. Oder? Ey, ey, ist echt krass, wie oft ich den falschen Knopf drücke, ne? Oh Mann, ey, der... Wie lang die teilweise aus sollen, ist ja unglaublich. Weg mit hier. Ich weich so perfekt aus. Wie was das denn? Wie? Wie war ich? Wie war ich? Gut zu dir, Wir sind ja schlimmer als Margit. Ey, die holen so lange aus. Da kann ich nochmal Ey, komm, hier ist ein Acrea-Baum. Und ich meckere hier. Hallo, aktiviere dich. Danke. Ich bin einfach dran vorbeigelaufen. Okay. Ich bin selber schuld. Wenn man aktiviert, kriegt man auch eine Herzbeere. So, können wir den Hundi Komm ja, den Hundi können wir jetzt wohl besiegen, oder? Hö, der ist gar nicht mehr da. Wo ist der Hundi? Hallo, Hitro. Was ist das? Das ist Stray Blade. Kam heute raus. Oh mein Gott, jetzt sind hier auch noch Spinnen. Alter, der holt ja auch länger aus. Oh Mann, ich kenn das ganze Angriff... Was ist das denn? Ich kenn die Angriffsmuster doch noch gar nicht. Ich muss anders spielen. Ich spiel damit. Und dann geh ich einfach drauf. Zack. Levelaufstieg. Was cool ist, man kann zu jeder Zeit hier reingehen und seine Fertigkeiten machen. So, was ist das? Leichter Angriff. Da wird jetzt schon mal verfahren zu leichten Angriffen. Guck mal, jede Klasse hat auch nochmal so ein einzelnes, einzelnes anderes Ding. Xenon-Fertigkeit. Okay. Ich würde sagen, jetzt maximales Leben. Wie viel ist einer maximales Leben? Ein ganzer Balken. Oh, das ist belohnt. Das ist nice. Ganzes Leben. Was ist die Maske? Let's... Let's go. Hinter dem Tor aus bestimmtem Boss. Ach, guck mal, jetzt ist der Hund da. Komisch. Was war der denn gerade? Ah, das ist auch... Ich glaube, das ist auch Speichern. Äh, wo war das Tor nochmal? Da. Hm. Oh, da sind... Da sind irgendwie Items. Oder komm ich irgendwie nicht hin, ne? Naja, komm ich nicht hin. Hä? Wo muss die Maske hin? Andere Seite? Ah, hier muss die hin. So, rein da. Ah, ich wusste es. Es ist immer das Gleiche mit diesen Türen. Ein Invisible Guide, ein Ruin mit Kryptik-Türen. Vielleicht sollte ich noch ein paar Tage zurückkommen. Es ist ein besseres Equipment. Aber dann, keine fristischen Spires. Ach, komisch. Schüttelt's? Schüttelt's? Ist ja schlauchig, ne? Bin ja nicht so der Fan von Schlauchig. Vor allen Dingen, wenn es da mehr als einen Weg gibt. Hier ist mir ein anderer Weg. Oh Gott. Das sieht doch aus wie ein Boss. Also, wenn ich schon mal was gesehen habe, was wie ein Boss aussieht, dann das. Let's, äh, go. Oh ja, das ist ein Boss. Unter Riesen. Komm ran. Okay, der ist aber übel easy. Wenn der jetzt gleich nicht nur eine zweite Phase hat, die mich komplett deckfrackt, dann ist die easy. Ist der easy. Ey, no hit. No hit. Aber der war echt easy. Ein Leder, eine Kralle. Äh, ja, okay. Ich geh nochmal kurz unten gucken. Vielleicht war das nur, vielleicht ist da noch irgendwas. Ah, okay. Hier gibt's noch eine Herzbeere nochmal. Da geht's hoch. Ich glaube, man sollte ihn vielleicht gar nicht besiegen. Aber ich hab ihn besiegt. Ah, das ist das, was ich eben gesehen hab. Oder? Was ist das hier? Knochen. 60 Knochenstaub. Das ist bestimmt gut. Gut. So. Ich kann auch dieses Ding da jetzt angreifen. Das will ich mal machen. Nein! Meint er, der greift mich an? Hm. Weiß nicht, was das ist. Ganz schön verwinkelt hier. Fällt mir nicht. Ein Stein? Im Tium? Äh, zwei von den Viechern. Nee, nee, lass mal. Wieso hat der Boss eigentlich keine... Wieso hat der eigentlich so wenig Erfahrung gegeben? Ich geh mal da hoch. Raus. Na ja, das mach ich. Ein Acrea hätte ich gern. Das ist so schön. Was für die Leute haben hier in der Vergangenheit gelebt? Seine Egos muss es gewesen sein. Das ist so, wenn ich so rauskomme, dann kann ich mein Bossleister. Oh, da waren die Giants. Vielleicht ist das hier so, weißt du doch nicht. Meinst du, das war nur ein normaler Gegner? Ey, der war jetzt nicht übel schwer, aber... Leicht war er auch nicht. Da ist ein Acrea. Vielleicht kommt ja auch jetzt nochmal der Boss. Der richtige Boss. Aber... Der hatte schon viel Leben. Was für ein goldener Palast. Und die... Okay, ich würde sagen... Das war... Für Leute auf YouTube Stray Blade. Wenn ihr euch das Game selber holen wollt. Das... Ich spiel's hier auf dem PC. Bei Steam gibt's das. Mich würde natürlich sehr freuen, wenn ihr mal unten in den Kommentaren eure Meinung dazu lasst. Und ein Like auf dem Video. Und im Stream werden wir jetzt hier noch ein bisschen weiterspielen. Lasst gerne ein Follow da, wenn ihr nichts verpassen wollt. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Amen. Vielen Dank.